Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute wollen wir was machen, das nennt sich Detail Texturing, allerdings basierend auf der Distanz von wo wir diese Textur angucken. Das bedeutet so viel wie, wir können jetzt dynamisch switchen, wenn wir weiter weg sind, dass wir dann eine andere Textur sehen, als wenn wir nah dran sind. Und das ist natürlich ziemlich geil, denn so in meiner Entfernung jetzt hier sieht es zwar irgendwie ganz gut aus, aber wenn ich jetzt so weit weg bin, dann bräuchten wir hier eigentlich diese komischen Flecken nicht. Und manchmal, je nachdem was für eine Textur ihr habt, sieht das dann auch wirklich manchmal sehr sehr seltsam aus. Und da möchte man dann vielleicht eine andere Textur sehen. Ihr erkennt es vielleicht, dass wenn man weiter weg ist, dass dann aus Performancegründen dann auch die Textur geändert wird und alles ein bisschen matschiger aussieht. Genau das wollen wir heute machen. So, was wir hier haben, ist dieses wunderbare Detail Texturing. Wir werden jetzt hier aktuell gerade mal nicht mehr damit arbeiten, damit haben wir letztes Mal gearbeitet. Wir werden aber auch wiederum eine solche Textur benutzen und damit es nicht ganz so komplex ist, wollen wir dieses Detail Texturing hier jetzt nicht mehr rein benutzen, sondern wir erstellen uns ein neues Material und zwar sagen wir Distanz basiert. So, und wenn wir das aufmachen, haben wir logischerweise mal wieder gar nichts in der Hand, aber wir können natürlich hier alles möglich wieder rein machen. Wir switchen dazu mal wieder logischerweise in den Content Browser unter Texturen und dort brauchen wir im Prinzip wieder genau dieselben. Das heißt, wir brauchen hier Brick, Clay, Old und D und N, also für die Diffuse und für die Distanz, äh, für die Normale. Die Normale soll bitte nach unten. So, und dann brauchen wir noch weiterhin halt Stopp. Die machen wir noch ein bisschen nach weiter unten. Und dann wollen wir dieses Detail Texturing natürlich auch wieder sozusagen realisieren. Allerdings wollen wir da lerpen, ähm, beziehungsweise was heißt, wir wollen das Detail Texturing, das wollen wir eigentlich gar nicht, ähm, wir wollen ein bisschen was anderes machen. Und zwar, wir brauchen noch, welche hatten wir das letzte Mal? Moos, glaube ich. Moos N als normale. Und dann noch, ähm, komm, markier es doch einfach. Gravel. So, genau, das hier als diffuse Textur. So, und jetzt können wir das alles realisieren. Ich mach hier mal in der Mitte ein bisschen Platz, denn da muss noch mehr rein. So, hier wollen wir jetzt nämlich die Berechnung starten, wann wir hin und her wechseln zwischen den einzelnen Texturen. Das heißt, wann wir, ähm, ab wann wir sehen, ähm, dass die Textur eher matschig ist und ab wann wir sehen wollen, dass die Textur sehr, sehr detailliert ist, so wie sie eigentlich wäre. Und das machen wir mit der absoluten Weltposition. Das heißt, wir können hier einfach mal hergehen, absolute, world position, hier, äh, world position, absolute world position, klar. Ähm, heißt world position, wenn man es eingibt, also wenn ihr hier eingibt, world position benutzen und es kommt dann als absolute world position raus, deswegen verwirrt mich das immer wieder mal. Dann die camera position, also wo wir uns gerade mit der Kamera befinden, äh, im Weltko-, ja, im Weltkoordinatensystem, das ist korrekt. Ähm, das heißt nicht im lokalen Koordinatensystem von der Kamera, sonst sind wir immer an 0, 0, 0, ähm, sondern natürlich die tatsächliche, äh, Position. So, und jetzt können wir hier einfach sagen, wir wollen die Distanz von diesen beiden Dingern hier berechnen, das heißt, wir sagen hier Distance, ähm, wollen wir berechnen, das heißt, wir müssen hier unter Utility die Distanz zwischen zwei Punkten berechnen, also einmal hier den rein, einmal hier den rein. Und jetzt haben wir rausgefunden, ähm, wie weit ist denn tatsächlich unser Objekt, sprich unser Material, von der Kamera entfernt. Das ist sozusagen das, was wir hier mit diesem Distance rausgefunden haben. Und ja, und jetzt machen wir ein bisschen Mathe. Jetzt wollen wir das Ganze nämlich unterteilen, und zwar, wenn wir so und so weit entfernt sind davon, dann wollen wir das Ganze lerpen. Lerpen bedeutet ja überblenden, das heißt, entweder ich blende das eine ein oder ich blende das andere ein. Ähm, das mache ich gerade mal hier, lerp. So, Linear Interpolate heißt es offiziell, ähm, und ja, der Alpha-Wert ist dann eben genau der Wert, an dem gelerpt wird. Wir brauchen zweimal lerp, das heißt, ich ziehe das hier unten auch nochmal rein. So, und jetzt können wir sagen, okay, unser Normalwert ist diese Textur hier oben, das ist unser A dann. Unser Nicht-Normalwert, sprich der, wenn wir weiter weg sind, das wird der hier unten werden. Das sind im Prinzip zwei ganz normale Texturen. Und ihr könnt, wie gesagt, auch eure eigenen Texturen, also irgendwie genau das, was wir hier die letzten paar Male gemacht haben, mit, ähm, ja, mit diesem Layered Schnee machen und das Layer eben nur drauflegen, falls ihr nah dran seid oder sowas. Das geht natürlich auch. Genauso mit diesen Details hier kann man das auch machen. Aber wir wollen es jetzt möglichst einfach hier halten und, ähm, ja, genau, selbiges machen wir hier unten natürlich. Wir wollen das hier haben, also dieses Texture Sample, ähm, wollen wir haben, wenn wir nah dran sind und das hier wollen wir haben, wenn wir weiter weg sind. Und wie gesagt, im Alpha-Kanal wird, äh, wird sozusagen unterschieden. So, ich, äh, stecke das jetzt hier mal in Base Color rein und das hier stecke ich in die normale rein und dann sehen wir schon, wie es aussieht, wenn wir mittelmäßig nah dran sind. Also, wenn wir weiter weg sind, dann soll das Ganze möglichst zu einem Einheitsbrei werden und wenn wir ganz nah dran sind, dann soll das Ganze möglichst nur dieses Ding hier oben sein. Und genau so sollte das auch wirklich dann aussehen. So, und, ähm, dazu brauchen wir auch wieder, wie gesagt, ein bisschen Mathe und zwar Divide. Das brauchen wir, damit wir die Entfernung tatsächlich eingeben können. Wir stecken jetzt hier erstmal die Distance rein und hier machen wir dann, ihr könnt das Ganze natürlich auch auslagern. Wow, was ist denn jetzt gerade los? Hallo? Ah, da sind wir wieder. Okay, ähm, ihr könnt das Ganze auslagern als Variable oder sowas in eurem Blueprint. Und, klar, ähm, ich mache das Ganze jetzt hier mit einer ganz normalen Konstante und, ähm, das wird in meinem Fall, glaube ich, äh, 512 war ein guter Wert. Ähm, ihr könnt aber auch mal 1024 oder 256 oder sowas benutzen. Dann wollen wir das Ganze potenzieren. Das heißt, wir brauchen hier Power. Power. Und, ähm, stecken hier das als Base Komponente rein. Und als Exponent wählen wir auch wieder eine Konstante und diesmal, ähm, nehmen wir 4. So, und, ja, jetzt können wir das Ganze hier clampen. Clamp bedeutet so viel, wie wir rechnen das, äh, so zusammen, ähm, dass es, ja, im Endeffekt ein Wert wird. Clamp. So, und, äh, stecken den hier rein. Als Minimum haben wir 0, als Maximum haben wir 1. Das heißt, es wird sozusagen, wenn es kleiner als 0 ist, also wenn wir irgendwie was Negatives rauskriegen, kriegen wir hier nicht, keine Sorge. Aber wenn es eben größer ist als 1, dann wird es auf 1 geschraubt, also genau auf 1. Und wenn es, ähm, kleiner ist als 0, kriegen wir das Ganze als 0 zurück, damit es eben keinen Fehler gibt. Ansonsten kann es passieren, dass euer Skript euch abschmiert. So, und jetzt habe ich mich verkalkuliert von der Distanz hier. Nein, die will ich nicht mit haben. Die will ich haben. Und schieben das ein bisschen rüber. So, das ist nämlich jetzt unser Alpha-Wert. Das heißt, er ist ja zwischen 0 und 1. Er gibt uns sozusagen an, wie, ähm, wie weit entfernt sind wir. Und das gibt an, wie durchsichtig das Ganze ist. So, und jetzt sind wir sehr, sehr nah dran. Jetzt sehen wir, wir haben hier wirklich nur dieses, ähm, dieses obere Texture Sample. Und wenn wir weiter weggehen, sehen wir, wir switchen allmählich über. So, und jetzt sehen wir das hier. Das heißt, wenn wir bei der Stelle 512 entfernt sind, also das ist jetzt eine Distanz von 512, ähm, dann sehen wir nur noch dieses Texture hier und dieses Texture Sample als normale hier. Wenn wir aber näher gehen, dann löpen wir gerade. Jetzt sind wir am löpen. Und jetzt sind wir eigentlich schon fast wieder fertig mit löpen, glaube ich. Ja, und jetzt sehen wir nur noch den ganz normalen Brick mit seiner normalen hier. Hier. Und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen verbessern wollen, dann können wir natürlich hier noch sagen, hey, wir wollen hier noch mit den, äh, Tech-Koordinaten, also mit den Texture Coordinates, Texture Coordinates, äh, wollen wir arbeiten. Ähm, und ja, die stecken wir da einfach rein. Multiplizieren die aber noch. Das heißt, wir haben hier nochmal ein paar Variablen in der Hand, ähm, um das Ganze anzupassen für unsere Bedürfnisse, sag ich jetzt mal. Ich habe ganz spezielle Bedürfnisse manchmal, aber okay, ähm, so, Multiply. Ähm, ihr wisst mittlerweile, mit Multiply kann man echt viel machen. Und, ja, das ist der erste Wert hier. Einer. Und noch einer. Wow. Stopp. So. Und der zweite Wert ist übrigens egal, ob ihr bei Multiply in A oder B reinstopft. Es sieht nur manchmal schöner aus, wenn man es in dasselbe reinsteckt. Also machen wir das hier auch wirklich. Aber ja, ähm, multiplizieren ist, äh, ist egal, wo ihr das reinmacht. Ähm, gut, okay, anders war es besser. Egal. Auf jeden Fall können wir jetzt hier zwei Konstanten reinstecken. Konstant. So, ähm, nicht 0, sondern in unserem Fall werden wir hier 1 benutzen. Und das Ganze, komm, gib mir einen 9. Ähm, STRG W ist der Shortcut hierfür, falls ihr es nicht mehr wisst. Und, ja, ich weiß, dass das Ganze sehr, sehr klein ist, aber im Endeffekt erzähle ich euch auch immer, was ich mache. Also hier im Endeffekt eine Texture Coordinate in Multiply reinstecken. Ähm, hier als Parameter 1. Hier machen wir als Parameter 4, weil wir gerne mit Werten rumspielen und ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das cool war. Und, äh, jetzt können wir das hier reinstecken und zwar in die UVs. Das heißt, hier und hier und, äh, hier. Also in den Offsets sozusagen. Das heißt, wir sagen, ab wo wir, äh, anfangen wollen. So, und jetzt haben wir auch das Gefühl, wir können irgendwie weiter weg. Also wenn wir ganz nah dran sind, dann sehen wir hier, okay, es ist relativ feingranular eigentlich. Ähm, gut, okay, passt nicht ganz. Und wenn wir weiter wegzoomen, dann wird es plötzlich auch noch feingranularer. Also je weiter wir wegzoomen, desto feingranularer wird das Ganze vielleicht, stimmt diese 4 hier nicht. Ähm, machen wir doch lieber mal wieder den Wert 1 rein. So, ähm, ja gut, jetzt haben wir nicht wirklich irgendwas gewonnen. Jetzt mache ich wieder hier mal eine 2 rein, dann machen wir hier oben mal eine 2. Wie gesagt, an den Werten einfach ein bisschen rumspielen, da sieht man dann relativ schnell, was gut ist. So, jetzt haben wir hier, wie fein eben unsere, äh, Texturen sein sollen. Das heißt, wenn ich nah dran bin, dann sehen wir hier, okay, der, äh, ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und wenn wir weiter wegzoomen, dann haben wir hier aber trotzdem eine relativ feine Textur. Also ihr könnt natürlich auch hier sagen, ihr wollt das Ganze, äh, noch feiner haben. Das heißt, ihr multipliziert hier einfach mit 4 und steckt hier vielleicht einen anderen Wert rein. Das bleibt dann euch überlassen. Aber ja, so macht man das im Endeffekt, wenn man hier, ähm, eine andere Textur haben möchte, je nachdem, wie weit man entfernt ist. Gut, das ist es auch schon wieder von meiner Seite. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich möglichst komplex miteinander verbinden. Das heißt, ihr könnt hier irgendwelche Detail-Textures machen. Weiter weg könnt ihr die normale Textur machen oder vielleicht irgendwie so eine Matsch-Textur, beziehungsweise sieht eigentlich fast aus wie Sand, möchte ich behaupten. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt alles, was ich euch zeigen wollte. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!